Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin gerade wieder mal zurück zum Daily Ranking und super begeistert über diese Map. Das ist eine der zwei Maps, die ich als möchte ich nicht spielen markiert habe in Rocket League. Das kann man ja jetzt seit nicht allzu langer Zeit. Die gehört auf jeden Fall dazu. Ich finde die echt ein bisschen übertrieben. Das war ja eigentlich eine Rocket Labs Map. Bzw. gibt es die immer noch als Labs Version. Schön gespielt. Und man muss ja echt gut fliegen können, damit das funktioniert. Hat er dann schön... Hat er schon reingelupft. Dann habe ich zwei Leute ausgespielt. Verdammt. Gewartet bis ich vorbei bin. Oh shit. Sehr schön. Hat er zur Seite gelenkt. Haben wir einen im Tor? Nehmen wir nicht. Dann muss ich ein bisschen hinten bleiben. Oh oh. Okay. Ach. Okay. Ach verdammt. Hab ich nicht mehr hoch genug gekriegt gelupft. Ich versuche jetzt in allen vorbei zu spielen. Zack. Ja. Schieb mich nicht weg. Oh. Ja. Da komme ich nicht hoch genug. Er hat ihn auch verfehlt. Warum? Was ist denn das für eine Taktik hier? Ich raff die Taktik nicht. Wieder einer, der von unseren Leuten weg spielt sozusagen. So. So. Wir können einen Boost auffüllen. Das ist sehr schön. Hat nicht so ganz funktioniert wie ich das wollte. Kam nicht scharf genug. Nach unten. Nein. Sehr schön ausgespielt. Nein. Ach. Soll ein Vorwärtssalto werden. Und kann bloß hochspringen. Fuck. Ach. Da. Jetzt mache ich die ganze Zeit Panikquatsch. Panikquatsch. Okay. Er war gut geschossen. Du hast ihn zu weit oben genommen und mich da mitgetroffen. Nicht so gut. Verdammt. Der fällt immer so komisch von der Wand weg. Das stört mich auf dem, auf dem Map. Dass er nicht halbwegs konstant an der Wand bleibt. Wollte ich, dass er den irgendjemand nimmt, aber da stand wieder keiner parat. Irgendwann mal. Irgendwo. Der war viel zu schnell. Den haben sie gut reingeschossen. Da kann man nichts sagen. Den hat er, wenn er rückwärtssalto, oder? Ja. Gut getimt. Hat er eigentlich nur abspringen lassen auf seinem, auf seinem Dach. Ich mag die Map halt nicht. Ich habe das Gefühl, hier ist so viel Zufall. Aha. Wenn er zum Beispiel ein Teammate den Ball wegschnappt wieder. Das ist halt echt doof. Oder wenn er halt einfach querfliegt. Aus irgendeinem Grund. Und ich weiß nicht, worum man dann... Schaß drauf. Steht 1-1. Schaffen das. Wir gehen jetzt mal aufs Tor. Leider viel zu langsam. Um gefährlich zu sein. Mini-Mitte. Ach, schade. Ich springe halt wieder drei Leute ran. Da kann ich halt nicht springen. Den Moment, wo er dort mit hoch geht. Da kann ich mir das halt nicht erlauben. Ernsthaft. Erwisch den so weit oben, dass er den nie und nimmer reinbringt. Was soll denn das? Oh, fuck. Ach, komm. Ich bin hier gerade super konzentriert. Tut mir leid, wenn ich da so wenig rede. Was ich noch sagen wollte, finde ich gerade noch einen. Endless Reactor wird es leider erst im Februar geben. Wieder. Oh Gott. Weil das Ranking ist zwar aktiviert, aber es spielt momentan keiner, weil erst am 31. Januar die neue Season offiziell losgeht. Und deswegen scheint es halt keiner zu spielen, weil die Belohnungen für Season 1 auch schon durch sind. Oh shit. Geht. Er macht halt dann sowas. Wir hatten so viele Chancen, aber da springt halt jemand drei Kilometer kurz unter Decke und erwischt den Ball. Anstatt mal kurz fallen zu lassen. Wow. Ja, also Atlas Reactor wird es leider erst wieder im Februar geben. Für alle, die es interessiert. Ich habe es für mich versucht zu ranken. Und habe dann auch nochmal die News gelesen. Das ist halt ein bisschen doof, weil es nicht kommuniziert wird, dass man zwar Ranking spielen kann, aber das irrelevant ist, da die Season halt erst später wieder anfängt. Obwohl jetzt Mitte Januar schon die Belohnungen für Season 1 ausgegeben wurden. Ist ein bisschen komisch. Jetzt habe ich denn jetzt schon wieder die Map. Heute verarscht mich, Rocket League, aber ganz schön, ey. Ich mag die nicht. Ach, Mann. Ja, er ist nur der, der vorne steht. Kann man hier einfach schreiben, take the shot. Ja. Pferd hat einfach nicht drei Minuten lang gefühlt. Ich habe schon wieder die Faxen dick. Ja. Danke. Lass nicht den, der im Tor steht und die gute Position hat, klären. Ja. Das war's für heute. Ja, und jetzt wollen sie sich aufgeben. Erst AFK-Sein, dann aufgeben wollen? Kann man sich nur aufregen, solche Leute. Ah, muss ich ein Video durchdrücken. Brauche ich halt nicht anfassen, weil ich hier nur vom Gegendantor wegschieße. Wow. Komm schon, jetzt fahrt er hoch. So, mit meinem Popo mal kurz abtropfen lassen. Jetzt haben wir nicht, dass das Typ ist schon wieder im AFK. Oder AFK gewesen. Oh Gott. Oh, nein. Ach, komm. Kriege ich nicht in der Position, in der ich gerade bin. Oh Gott. Oh Gott. Ich ärgere mich gerade echt über mich selber, weil ich die Map einfach nicht geschissen kriege. Ach, komm Nova. Jetzt spring doch nicht an diese Grütze ran. Ja, ich kann ja gar nicht sehen, was sie schreiben, fällt mir gerade ein. Und... Okay. Jetzt spring doch weg. Und... Ja. Dann, ich bekomme mir was, äh. Ich bin da, ich bin da. Dann, ich bin da. Und du wieder termen. Und du wieder zurückfasst sind nicht an der ganzen Zeit, wenn ich mir das. Und du dich... Ich bin da. Ich bin da. Und du wieder. Ja, ich bin da. Ich bin da. Und du bin da. Und du dich bist. ... Du bist der Dame. Sehen wir noch so viele Leute, die einfach nur spielen, um den Ball zu berühren. Das verstehe ich nicht. Ernsthaft. Er springt halt so weit oben. Wow. Alter, ernst. Was soll diese Scheiße? Er spielt aktiv gegen uns. Mann, ey. Der Ball kommt vor dem Gegner runter. Ich spiele immer für den Gegner weg. Wäre ja sonst Quatsch. Ja. Hört die. Der gehört echt sonst in eine Trollklasse oder sowas. Der hat ja nur reingetrollt. Ach. Hier, ich kann sie nicht abschätzen. Ich kann es einfach nicht abschätzen. War ein bisschen spät. Mit Take the Shot. Dem ging es nämlich los. Muss ich mir das wieder angewöhnen, immer anzufahren, weil die Randoms machen sie jetzt nicht mehr. 300 Spiele lang machen sie es, aber beim 301. machen sie es plötzlich nicht mehr. Das sollte irgendwie anders fliegen, den habe ich noch mal nach hinten verlängert. Das ist mir beide in der Ecke. Das ist mir beide in der Ecke. Mega kacke. Warum? Der war doch schon hinter dir, der Ball. Ach, verdammt. Ich hasse das, ich stehe perfekt zum Abwehren. Team-Mate-Rennen rein. Team-Mate-Rennen rein. Team-Mate-Rennen rein. Ball macht nix dadurch. Das macht mich echt wütend, sowas. Lass mich alleine spielen. Die hilft nicht mit. Okay, das weiß ich nicht, was wir noch hinten sind. Ernsthaft, sie sind beide direkt vorm Wald und springen vorbei oder springen halt gar nicht Wie soll ich denn damit rechnen? Wie soll ich denn mit dieser Inkompetenz rechnen? Geh doch! Da hab ich zum Glück zweimal getroffen, das war ein bisschen Zufall, muss man ja ehrlich sagen So, jetzt ist immer wieder alles auf Anfang und haben noch drei Minuten Er fährt echt vor? Wenn er erst letzt... Oh shit! Ohhhh, die hat ihn, glaube ich, wieder reingelenkt Ne, war es nicht Ich hätte höher fliegen müssen Aber ich hab's ihm vorgelegt, der wär einfach durchgefahren, sonst Kacke Das ist meins Viel zu hoch, viel zu hoch, viel zu weit Hätte er das jetzt nicht gespielt, wär der genau auf mich gerollt Hm... Ich hab' den aber gequetscht Ich hab' den aber gequetscht Deswegen fliegt der auch wieder viel zu oft, viel zu weit Deswegen fliegt der auch wieder viel zu oft, viel zu weit Hm... Ich hab' mir einfach nur nen Weg gestellt gerade Weil ist nicht mal ne Nähe der Wand Aber gut, dass du irgendeinen Wandsprung machen willst Der Seaworf, ey Der kriegt's halt nicht geschissen, ne? Ich hab' vier Boost Ich krieg's den Ball jetzt Heute, irgendwann, demnächst Wow Oh, Mann Hm... Oh, schade Und verfehlt Und verfehlt Und verfehlt Sie fahren alle den Ball hinterher Alle fahren den fucking Ball hinterher, wenn ich schon direkt dahinter bin Mann! Fahr doch mal dort, wo der Ball sein wird Und nicht, wo er hingeht Und nicht, wo er gerade ist Was? Ehrlich, ich bin direkt hinterm Ball Was höre ich denn in mir? Zwei Leute boosten Ich seh' drei Gegner vor mir Mann! Tja, war wieder ne aufregen... Aufregenrunde Tut mir leid, Leute Aber ich kann's nicht verstehen Warum man sowas zusammenspielt Warum man nicht drauf achtet Wo die Leute sind Ihr habt's in der letzten Folge schon gesehen Wenn man drauf... Oder in der letzten Folge Rocket League Wenn man drauf achtet, wo die Leute sind Kann man auch ohne Absprache wirklich super Spielzüge spielen Aber nein, die Leute achten nicht drauf Die Leute springen einfach an den Ball Was ja auch immer soondo Das war das Spiel -besuch- eine好的 E3.